und herzlich willkommen bei meiner Let's Show Welt ich starr jetzt hoch in den Himmel und guck mal nach unten was ist denn hier passiert? Fudge Welt? ja das ist meine neue Let's Play Welt was ich mal vorstellen jetzt diesmal die Stadt äh das dauert noch länger als wenn ich kleine Klötzchen hier so hoch baue ist hier so so einfach nur so so egal ähm ja ein schönes Denkmal ne? so ein schönes Grab mal ne? ja äh ich geh doch mal raus ne? äh so so äh wo war das? oh nicht ist recht gut ah jetzt kommt die richtige Welt ja und herzlich willkommen zurück hier ist die richtige Welt oh gut ja eben den kleinen Sorry ist abgestürzt so jetzt gehts weiter so diesmal jetzt mit Glieder so was machen wir denn zuerst? äh weißt du ich würde mal vorschlagen ich grabe erstmal den Riesenblech ab äh ich mach mal ein bisschen hier die Geräusche leise doch ich bin verliebt mal ganz aus meinen Namen sehe ich wie treu auf meinen meinen Herzen treu für dich ich blamme es mehr auf meine Macht und ich bin so wir machen da jetzt bis bitte füll meinen Leben ein bisschen für Liebe mein Herz das brennt für dich mein Herz für dich nehm ich die Wand auch noch mit bin egal das ne Zeit geht meine Venen eine Energie durch meinen Körper ach es ist mein Herz es schlägt doch es ist so wunderbares Gefühl in einen Tagen werd ich nicht verstrahlen meine Lagen wird mich zerfallen ich bin so lecker wie du schmeckst ja ha 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 lieb mich meinen Herzen treu für dich ich flamme es mehr auf meine Macht und ich bin so leer geworden bitte für mein Leben ein bisschen für Liebe mein Herz das brennt für dich mein Herz nur dem so so das Graben auch mal ab hier da haben wir jetzt der kleine Spalde Ring gehauen ne ist ja auch nicht schlimm so äh wie geht der Weg weiter ja mhm achso und das nächste was ich machen wollte ist ja das Schloss bauen ne naja machen wir das jetzt mal jetzt habe ich was vergessen ne so äh das Schloss äh das brauchen wir auch nicht mehr ich die Nacht erwachen äh so so das ist jetzt Vorhof ist schreckliche dränen aus meinen Augen zerfließt heilen die Menschen heilen die Menschen an meinen Gebeten grausame Dinge werden diese nach erfinden so 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 dann machen wir das erstmal hier so so wir machen wie eine Schnecke rund und bauen und so und so ich will damit mein Deutschhörter mein Herz verflucht verflucht auf ewige Zeiten Liebe existiert mich nicht lass mich in mein Herz raus Verbotene Zeiten verbotene Länder verbotene Länder war mein Herz nicht mehr vergangenen Zeit vergessene Geschichte lassen mich nicht mehr verfluchen meinen Friedenheit verfluchen seit dem Eisprung der Mutter Seele die Mädels mich verfluchen mich mit Messer und Gabel immerher jagen so die Geschichte auf dem weißen Meer beschrieben ist ich verfluche den Tag geboren auf deiner langsamer Zeit dann wollen wir mal let's show so genau äh ich komm mal gleich wieder die Musik nervt mich so warte mal ich mach mal hier Cut so hier bin ich wieder mein oh man oh man ich kann nicht kommentieren gleichzeitig Musik hören und äh bauen ja so zum Thema heute ich hab ein neues Thema mir ausgedacht ich hab mir gestern gestern war ja der siebte Dingsbums der dritte ne ähm ähm ja äh da kam noch ein neues Spielrus SimCity 5 ist ja online fähig ne das kannst du ja nur durch online spielen das ist ja scheiße so ja ähm da hab ich mal probiert weil ich die alten SimCity Teile auch schon mal damals als kleines Kind so gerne gemocht hab da hab ich gedacht da hab ich gedacht auch dann let's play SimCity Dingsbums mach ich irgendwann mal auch anfangen äh wollte ich das gestern schon eine erste Aufnahme starten aber die Server waren irgendwie so down als hat's gewackelt gezackelt und keine Videos geladen ne ja heute geht das mit den Server ist ihr müsst euch noch bei origin irgendwie das wie das heißt ne am melden und ja 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 ich hab da erstmal die ersten 5 Stunden erstmal durchgezockt richtig gesüchtet wieder ne aber ich hab mir eine echt gute Stadt dabei gebaut ähm das Problem ist ich hab die Karte offen nicht gehabt und will keinen Arsch ran naja Neu Berlin ne heißt meine Stadt da werde ich auch mal später zeigen wie sie aufgebaut ist aber da wollen wir mal gucken wie das so ist eigentlich ne wir wollen ja wieder Regen wir da haben so ein scheiß Regen so den noch gelabert jetzt geht's zur Sache jetzt zieh ich hier die Klötzchen hoch ich dachte ich spiel wieder mit meiner Stadt rum so kommt hier noch die Klötzchen hoch so geht das viel schneller aber ich springe ja lieber ja äh zum Sin City 5 ja es gefällt mir gut erstmal am Anfang aber das was die Neuerungen da drin machen da ähm haben wenn du Straßen baust kommt gleich ähm die Kalination der Strom durch die Straßen das spart wieder eine Menge Platz und die Karten sind damals nicht so groß mehr und äh jetzt muss man Regionen äh was weiß ich jetzt äh bauen und dann müssen wir da Sims-Dollar einsammeln und wenn die Stadt gut ist kommen auch bessere Hochhäuser noch dazu und alles ne mehr Einwohner wie ein realen Leben ne dann wachsen auch die Hochhäuser und das geniale da dran ist äh wie das eigentlich ist hier ähm wie die Hochhäuser äh richtig wachsen dazu ne und ja ja der erste Eindruck für das Spiel gefällt es mir so was brauche ich denn hier überhaupt so das machen wir dicht das machen wir auch dicht das machen wir dicht äh der Berg muss auch ab krass werden ich wollte eigentlich oben mein Schloss im Bauern aber auch egal gut gut niesen ja Entschuldigung wenn ich euch angerotzt habe im Bildschirm ne ihr wischt gerade im München mal ab ne let's play jetzt die Spiele ja ja und die Refaction Teile bin ich auch jetzt dran bald mal ich werde jetzt eine Zeit erstmal eine Aufnahme Pause machen erstmal meine Ruhe haben weil ich habe noch ein Privatleben das muss ich mich auch noch kümmern so habe ich mal gedacht äh falls ich was anderes let's playen will let's play ich mal lieber Minecraft meine Let's Show Welt das ist noch gerade so das Beste noch so jetzt fliege ich mir nochmal da runter da bauen wir uns nochmal hoch schaden kann es ja nicht so ähm ja äh so hier noch so zock 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 so dann machen wir das bis da an den Stein und dann gucke ich mal ja das passt wieder mit das passt genau das ist auch noch weg das auch so ja da haben wir im Teil so eine Mauer hochgezogen ja die Stadt sieht schon richtig prachtvoll aus ne kann man nicht meckern so was soll denn der scheiß ey immer diese großen Bäume hier also so Monster bauen hier so Mammut bauen oder echt krieg's kotzen hier ja ich hab die Grafik da nicht so schön geschaltet ähm weil äh sonst hängt mir Minecraft auf und da hab ich wieder keinen Bock eine Aufnahme zu unterbrechen das habe ich so mindestens jetzt die dritte Aufnahme gestartet ja und ich bin auch glücklich darüber wenn ich so eine Welt aufgebaut habe und ähm kommentieren das muss ich echt mal lernen schneller zu reden dies und das Pippa wohnen und alles klar ist am partner es ist ja alles nicht so einfach weißt du du kommst auf dem Bildschirm konzentriert sich dabei und äh reden mich als was im Kreis ja aber äh nebenbei gucke ich mal bei Let's Shows äh Kronen so was ist denn das die Mitte so eins zwei drei vier fünf eins zwei drei vier fünf sechs sieben Stefan zehn zeh acht ne ne sechs sechs zehn oder neun muss noch mal zehn das mal erst mal fertig und dann zähle ich das mal was die mitte ist schätze mal nicht so da kommt auch ein großes tollen